So, wunderprächtig. Ich habe jetzt eine komplette Folge für eine Stage gebraucht. Das kann sich echt noch ziehen hier. Ja, tschüss, ihr Dreckspiraten. Was kommt als nächstes? Oh mein Gott, die Eisenbahn. Nein. Was man da sieht, ist ein Krokodil, wenn ich mich nicht irre. Ein Dervilskrokodil. Ach, tschacke. Ohms. Feste sind toll. Bam. Boah, alles wackelt. Mein Gott, der hat irgendwas. Ich möchte nicht... Oh, so. Halt sie mich wieder fest hier. Also die Footlinge sind echt extrem stark geworden, habe ich das Gefühl. Andere, die sind diese lila Footlinge, die mich so saumachen hier. Bam, bam, bam. So. Oh mein Gott, jetzt kommt sie auch noch angeritten. Top, 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 top. Ich finde es ja toll, dass die da extra so ein Ketappelgeräusch für die Pferde reingemacht haben. Also von meiner Seite Respekt dafür. Ein Ninja-Wurfstern schmeiß, Heini. Nix ist hier mit Ninja-Wurfstern. Der grinst ziemlich cool, wenn er uns einen Nunchak zuschlägt, hier. Verdammt, ich krieg's grad nicht hin, diese Rückattacke. Na, wer hätt's gedacht? Ihr seid auch total gut versteckt, ihr Idioten. Zack. Nix ist. Nix ist. Nix ist. Nix ist. Das ist irgendwie ein bisschen lächerlich. Nix ist. Na, also. Das war mir was lächerlich, der Kampfgrad. Das ist halt bei, oder? So gefällt mir das. Der hat mich fest, du hast leider keinen Freund, der mich schlagen kann, ein Idiot. So, ähm, jetzt? Oh, es war so klar. Ja klar, mit Metallpfeilern. Sonst noch Wünsche? Wollen Sie diese Pfeil auf einmal her? Nix ist. Ich bin sehen, dass mit dir. Er hat das Spiegert immer ein wenig geleckt. Boah, das war so klar. Das war eine Frage der Zeit, bis ich mich wieder so ein Drecksfutten, den ja festhält. Zank, zank. Hm. Waaah. Und in die Kamera mit dir. Bam. Wow. Wow. Hahaha, Idioten. Wow. Bazooka. Aua. Ja klar, eine Bazooka hier. Nix ist. Ouch. Aua. Aua. Oh. Shareshock. Ja, ja, wir wissen es. Ruhe. Genug. This is madness. Wah. Wah. Ah, das ist schon. Oh, goody. Fresh turtle for lunch. Aua. Aua. Ja. Fresh turtle for lunch. Outsch. Ouch. Also im Vergleich zu allen Zeitreisebossen bis jetzt ist der hier echt der angenehmste. Ja, so richtig schön simpel. Ja, so richtig. Aua. Richtig. Aua. Er hat zwar scheiß viel Lämmsenergie, aber hey, wen juckt's? Er ist zumindest schaffbar. Um das nicht ohne dabei zig Continuous zu verschwenden. Wei. Bam, bam, bam. Wie man hier gerade wunderbar sieht. Wow. Aua. Kick mal deswegen durch die Gegend. Wow. Wenn ich mich noch halb so dämlich angestellt hätte während des Kampfes, hätte ich wahrscheinlich noch nicht mehr die Pizza gebraucht. Also solche Gegner mag ich. Rau, rau, rau. Und tschüss. El Head. Ja, genau. Clear. Wuhu. Ach, ist ja schön. Aufwärts. So, hier setze ich mal wieder ein Safe State. Einfach nur so. Weil ich's kann. Na, verdammt. Erstes hier forcieren. Freeze State. Da. Ja. Ist gut. Wunderbar. Ja, Safe State ist was Tolles. Ja, genau. Neon Knight Riders. Hört sich ja schon mal interessant an. Wee, wir dürfen wieder. Sidescrawler mäßig. Wee, wee. Bam. 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 Aua. Bam. Warum steckst du nicht mehr in die falsche Richtung, Leo? Äh, Mike. Whatever. Alter Schwede. Wow. What was that? Scary Beasts from Otter Space. Fragzeichen. Auauch. Nein, das hätte ich einsammeln können. Peter Time. Das gefällt mir. Ja, klar. Ihr kommt aus der Luft angeflogen, ihr Deppen. Sonst noch Wünsche? Jaua. Du sau. Boah. Bam. Also, lassen könnte mal der Endboss kommen. Aha. Bonuspizza ist drei. Was ist denn bei Mario? Und jetzt? Oh mein Gott. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Ist es Superman? Nein, es ist... The Evil Monster with Eyes of Destruction Lasers. Mit Crank heißt es, glaube ich. Face the Wrath of Supercrank. Ja, Crank heißt es. Whatever, Crank. Genau, Crank. Eat einfach mal meine Attacken. Ja. Whatever. Aua. Der kann gut zu langen, der Dicke. Nichts ist hier mit Faust eins auf den Sack. Arr, arrr, 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 arrr. Oh mein Gott. What's going on here? This is crazy shit. Yauts. Warum hätten die ersten Bosse nicht auszuschulden sein können? Hätte ich niemals Safestates gebraucht. Ich hätte es einfach alles in einem Rutsch durchmachen können. Oh no. Wir nehmen über irgendwelche unschaffbaren Supermonster. Ich sag nur... Vergangenheitsturtle. Boah ey, das hat mich angekotzt. Tschüss. You're going to bang... ...to crank. Gaua Banga. Und wir haben ein Leben dazu bekommen. Tony. Mabel. Mabel. Roman. Starbase. Ja, where no turtle has gone before, genau. Das ist ein schönes Schlusswort, denn hier werde ich erst einmal einen Schnitt widersetzen. Wir sehen uns demnächst wieder, euer Gläum.